Okay, Freunde, weiter geht's mit der komischen Line hier in Skateopia. Ich finde die Aufgabe nicht allzu leicht auf jeden Fall, was auch ein bisschen an mir selbst liegt. Äh, ja, das ist scheiße. Ich darf hier eigentlich nicht schon meinen Kack hier verlieren, aber wir können uns das gleich ein bisschen einfacher gestalten. Ich zeige mir gerade mal so aus. Ihr wisst, was das bedeutet. Wo bin ich meinen Amtssprung so ein bisschen... Du Kack-Auto, ich fass es nicht. Ich habe gerade vergessen, ich habe kurz vergessen, wie man den Fokus macht. Die Optik war auch immer noch vom Fokus da, das war komisch. Oh, Entschuldigung mit Sharks. Okay. Oh. Was? 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 Warum? Ups. Ja, okay. Das habe ich gerade wirklich nicht verstanden. Nein. Da hin. okay war es das ja okay okay wir sind im gefängnis aber bald sind wir wieder bei euch bieferhausen kommt jeden moment und kauft uns frei bevor wir erwischt werden wurden haben wir sind geklaut klar ich liebe diese textnachrichten im spiel so scheiße okay gut okay was haben wir denn noch so schöne aufgaben asset drop vom kabel startet das feuerwerk okay da weiß ich noch wie das geht das war scheiße asset drop vom kabel dann kabel den berg vorne nach oben und macht dann ein asset drop in die offener kuppel da habe ich mich schon mal hochkatapultieren lassen also daher wobei ich bin ich hier schon bei der aufgabe dann können wir die auch mal machen das feuerwerk starten also weiß nicht ob das zeittechnisch hier reicht natürlich nicht ich muss da irgendwie ich muss hier hier oben muss ich mit dem feuer hinkommen wie das am schnellsten geht weiß keiner ach garbage blas okay da bin ich quasi jetzt nein ja genau ja manchmal geht es dann auch einfach nicht sehr schön das ging schnell dann jetzt wo sie muss man dem kabel noch mal hoch dann irgendwie da rein einfach okay 1080 trippi clip hoppala das hat tony mal in echt geschafft überlegt mal das hat tony wirklich in echt geschafft in 1080 holy shit ok irgendwie skatty line wenn wir schon mal hier sind da da war es das keine ahnung hm ich hab mich rausgeflogen ich hab mich rausgeflogen äh was macht die aufgabe was ist denn das für eine aufgabe überhaupt das bein das geht über das bein kommen würde das sein macht es erst ein zweiter und amal ist ein zweiter zu den jahre machst du fluss ein zweiter auf der anderen seite aus der garage ja doch da hinten hin ok hat irgendwie bei mir nicht funktioniert aber gut ich habe er zwei gedrückt das ist ganz angenehm tatsächlich dass man hier nicht mehr nur hin muss was dann einfach so schnell geht hä ja bis dahin hin soll ich kommen angeblich vielleicht gehe ich mal ein bisschen weiter nach rechts äh ok ja guck dann lande ich auch bis dahin hin zack ok into the garage out of the garage war es eher aber gut ok äh spinn am baumwipfel und acid drop mach ein nater spin an einem baumwipfel und mach danach ein acid drop ah der war auch doof mach einen langen manual vom äh schulbusbahnhof oben auf dem hügel den weg nach unten und durch das vordere eingangstorn durch ja nehm ich mal mit hier äh wenn es gehen würde äh jetzt haut er ab es geht guck wuhuu wow ok also irgendwie von hier aus glaube ich einfach bis ganz nach unten ne oh god ja wenn ich jetzt schon fokus anmachen muss ist ja irgendwie auch scheiße ich weiß auch nicht ob ich zwischendurch special tricks machen darf und abspringen darf äh äh das ist ne scheißaufgabe ja komm das blöde ist es auch keine aufgabe das heißt ich muss jetzt mal wieder nach oben wenn ich verkacke das ist halt anstrengend oder abkürzen die durch hat ja nicht funktioniert ja wo ist der punkt wo man beginnen muss ist halt die frage ne das wird sollte nicht stehen dafür ah meine güte ok wie weit müssen wir denn überhaupt hier runter ja dann bis zum eingang ne ab hier wenn ich hier irgendwo mehr äh fokus anmacher dann sollte es glaube ich auch reichen war mir gerade ob es auf 10 würde wenn ich kurz aufhöre und dann den Rest zu Fuß reinlaufe wahrscheinlich nicht diese kurve hier ist halt echt asozial so wenn man da ja genau deswegen wenn man lenken und gleichzeitig die balance halten muss das ist mies Freunde der Sonne ich hoffe wirklich der richtige bereich von wo aus ich anfange mach mir halt auch noch ein bisschen sorgen ok das hat ja nein ah ich wollte gerade den focus aktivieren aber es geht tatsächlich ich hab mir gedacht das ist schlimmer ok äh äh dem dr zwei der der eua g du Du Schwanz, ey. Ah, nee. Ich hasse dich, weißt du das eigentlich? Du bist Kackauto, kann man dich auch abstellen oder so? Alter, ich kriege es nicht mehr hin, hier gerade runterzufahren. Ich fasse es einfach nicht. Ich habe, hallo, ich habe L3 gedrückt. Du Kacka. Ach so, ich habe kein... Ich bin dumm, ich habe ja gar kein Special. Muss schon vorher auch irgendwie, ne? Ja, schneller, wenn ich hier rüberlaufe. Ah, vielleicht. Muss schon vorher die Special-Leiste auffüllen, ne? Oh, das ist ja noch nerviger dann. Okay, direkt gefüllt. Gut, wieder hochballern hier. Ist ja eigentlich sogar besser, weil dann bin ich aber auch ein bisschen schneller. Okay, jetzt sind wir uns auch gleich wieder vorbei. Ficken. Ah, Jesus Christ. Ich frage mich gerade, ob ich irgendeinen Special-Trick während das machen kann, dann vielleicht Special-Leiste weniger schnell sinkt, aber ich glaube nicht. Also wirklich auch von Anfang an, weil ich darf ja zwischendurch nicht absetzen. Hm. Jetzt kommt das deutsche Lied vor gerade von Sprachen, ne? Ja, fang nochmal von vorne an. Boah, das ist so schwer. Ich frage mich auch, dass ich nichts falsch mache und einfach mir eigentlich die andere Frage gestalten könnte. Digga. Was ist denn jetzt gerade schon wieder, ey? Fuck! Oh, das war so knapp. Ich frage mich halt noch hier rein, ne? Ach, na ja. Du hast da hoch, Mann! Sprich... Rapp, 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 rapp. Mann, ich mach doch nach unten. Oh, diese Aufgabe, ey. Moment. Mh, mal wieder kurz füllen hier. Ne. Sollts schon? Hallo, nicht Switch stehen. Ne, so. Nein, meine ich halt nicht. Ich kann ihn nicht zwingen. Ich bin ein Kamikaze, hofft ein Mail und es stoppt wie Bohrloch und es zu wie schon bei mir. Hallo! Ist mein Steuerkreuz gerade kaputt gegangen? Den wollte ich machen. Die maniert nicht mehr, hallo! Zack, zack! Geht das noch? Oder kaputt? Die will nicht mehr. Sobald ich auf dem Hügel bin, dann will sie einfach nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, ob es jetzt zu spät war, werden es vielleicht sowieso nicht rausfinden, weil ich sowieso nicht bis dahin hin komme. Ich bin wieder sehr optimistisch heute, du merkst schon. Ich weiß gerade, dass es ziemlich gut war. Uuuuuhhhhhh. Keine Ahnung, jetzt ist das Point, woran es jetzt sich gelegen hat. Das ist eine Kack-Aufgabe, Freunde. Das ist eine richtige Kack-Aufgabe. Juuuuh. K-Dummes Drecks-Auto, wirklich. Du gehst mir so auf die Nerven. Stäaaandig musste ich mir einen Weg um... Pfff.. Huuuuuuuuuhh. Aaaaahhhhhh. Aaaaaahhh. Aaaaaahhh. Aaaaaaaaaahhh. Aaaaaahhh. Aaaaaahhh. auto man ich wollte gerade anfangen zu fokussen ohne alter diese auto hat mich wieder so eingeschüchtert einfach nur du nervst wenn ich über diesen einen hügel fahre dann will sie nicht mehr hören dabei ist wirklich unbegreiflich ja genau die schwindigkeit bekomme ich es durch bergab ja eigentlich schon genug behaupte ich jetzt einfach mal ok komm ja oh gott war das knapp alter das war knapp lecken wir marsch ok haben wir die kack aufgabe zumindest geschafft ok ja das ist easy spine transfer an der mine sollte auch funktionieren in menschacht ja bringt zum wetterballon stimmt ja komm machen wir das alles mal wir versuchen es zumindest ich glaube ein bisschen hier ne zack ok nein ha auch irgendeine kombo hier keine ahnung ist mir auch egal ich will nur zum wetterballon finde eine holzrampe oben auf dem hügel um dich zum wetterballon zu ach nee genau das war gar nicht so also was war weiß ich nicht na gut dann machen wir den spining würde ich sagen oh volltreffer direkt begeistert könnte sogar die rampe sein nee tschuldigung dann können wir auch direkt bei dem baum hier eigentlich perfekt das andere da machen so warte mal zack und höh flop so oh äh ich glaube wir haben genügend punkte um den sieg in der tasche und den sieg in der tasche gehen wir zu bam und zählen die punkte äh nee gut ich war mir nämlich keine sicher ob das nicht automatisch passiert äh aber nein gut wir können noch ganz normal die aufgaben wenden das finde ich gut ach kurzen alle kratzen so was macht warum hebt der da nicht seinen rechten arm wie komisch ähm pfff ah aha aha höh das ist keine halfpipe das ist keine halfpipe das ist ja lächerlich aber vielleicht kann ich hier ah ich muss mich da ranhängen ok moment da kriegen wir hin Katze verpiss dich ich bin nicht allergisch ah deswegen muss ich auch niesen ich bin nicht allergisch gegen Katzen wäre ein bisschen schlecht ich stehe Switch fällt mir nicht so das jetzt gerade stehen darauf oh 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 Uuuuuhh Uuuuuhh Das ist alles Nein Drop from the wire Oh ok Ja so kann man Aufgaben auch lösen Klar Oder sollte ich vielleicht vom Baum das mal runter machen Und dann so zack zack Aber Mann ich bin immer so leicht schieeeef Dass ich die Aufgabe grad gemacht hab Ja Könnt ihr auch gerne mal richtig machen wie sie eigentlich gedacht ist Warte mal ich bin ja auch dumm Ich bin auch dumm Hm Muss ich nur noch schaffen gerade zu landen ne Ah Mann ey Komm die Aufgabe wir jetzt noch schaffen in der Folge und dann ist es auch genug für heute Nächstes Mal beenden wir dann so sich schon Hey Skatopia I guess Oh das sieht gut aus Deine Mutter Ok muss ich mich da doch anhängen Scheiße He 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 Bleh Halt echt voll gut an das Brett gesetzt Und dann so Nein Pim 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 Ja, okay, danke. Geht doch. Kann ich da auf Naterspin? So in dem Ding drin. Okay, wie sieht es eigentlich aus mit sonstigen Zielen? Fertig? Oh, fertig. Ein langes Stromkabel. Hinten der Tag. Was ist denn das? Ein langes Stromkabel. Sieh zu, ob du das Stromkabel von ganz oben nach ganz unten grinden kannst. Ja, das kriegen wir hin. Hüttenattacke. Hier ist eine Herausforderung für dich. Starte eine Kombo und skate durch eine dieser beiden Hütten. Setze deine Kombo hierher zurück fort und skate durch die andere Hütte. Gehen ist dir verboten, sonst wirst du gut. Okay, das war ein bisschen anstrengend. Aber da muss man nicht unbedingt manualen, ne? Über den Dächern. Mach einen Spine-Transfer oder Acid-Drop vom Stallhang, um zu beschleunigen. Spring dann von den abgeschrägten Brettern ab und über das Haus. Keine Ahnung. Von dem fehlt noch alles, ne? Ja, kriegen wir das nächste Mal hin. Gut, Leute. Sag jetzt erstmal, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und dann... Green Shack. Hatt ich den schon? Dann weiß ich nicht. Ja. Wir werden das nächste Mal wieder. Und dann werden wir Skate-Tobi auf jeden Fall beenden. Also ich weiß es nicht, ob direkt in der nächsten Folge, aber... Nee, was... Oder? Ah, kommt drauf an, wie ich mich ja bei den Aufgaben anstelle, ne? Den nehmen ja viel. Aber einige von denen sind auch echt ein bisschen anstrengend. Boing. Ich mag den. Gut, genug Punkte. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tchao. 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 Tchao.